Hundefleisch ist eine traditionelle Delikatesse in Südkorea. Die Tiere werden dafür in speziellen Hundefarmen gezüchtet, wie hierzulande Kühe. Doch westlichen Tierschützern ist die Zucht und der Verzehr der süßen Vierbeiner schon lange ein Dorn im Auge. Mit gezielten Aktionen versuchen sie, Hundefarmen zu schließen und Hundezüchter von anderen Einnahmequellen zu überzeugen. Früher haben die Leute gesagt, dass es gut sei, Hunde zu essen. Aber jetzt ändert sich das. Und auch meine Meinung hat sich geändert. Meine eigene Familie ist dagegen, Hundefleisch zu essen. Mein Rücken tut weh und ich kann nicht mehr arbeiten. Es rentiert sich einfach nicht mehr. Deswegen ändere ich mein Geschäft. Die Tierschützer unterstützen die Hundefarmbetreiber dabei, sich eine neue Existenz aufzubauen. Lee Sang-Goo's Hundefarm ist nun die 14. die seit 2015 schließt. Was genau er in Zukunft machen soll, ist noch nicht klar. Die Farm zu schließen macht mich schwermütig. Das ist keine Freude. Es fühlt sich für mich an, als würden mich alle im Stich lassen. In Südkorea werden jährlich rund eine Million Hunde gegessen. Laut einer Umfrage sind nur 40 Prozent der Bevölkerung dafür, den Verzehr komplett zu verbieten. Stattdessen spricht sich eine Mehrheit dafür aus, die Zucht und Schlachtung besser zu reglementieren. Stattdessen quer-Goo's Hundefarmbetreiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiber Vielen Dank.